Methoden der Bestrafung und Hinrichtung in verschiedenen Ländern Im düsteren Wandteppich der menschlichen Geschichte spiegeln die Methoden der Bestrafung und Hinrichtung oft die dunkelsten Ecken unserer kollektiven Vorstellungskraft wider. Von der ikonischen Guillotine in Frankreich bis hin zum sadistischen spanischen Esel jede Kultur hat sich ihre eigenen makabren Mittel der Vergeltung geschaffen. Begleiten Sie mich auf eine Reise und erkunden Sie einige der schaurigsten sowie berüchtigsten Bestrafungen aus aller Welt. Von der kalkulierten Präzision der Guillotine bis hin zu der grotesken Brutalität von Lingqi in China. Diese Geschichten des Grauens, die in den Annalen der Geschichte verwurzelt sind, offenbaren die Fähigkeit menschlicher Grausamkeit und das eindringliche Echo unserer gemeinsamen Vergangenheit. Frankreich. Die Guillotine, ein Produkt der französischen Revolution, verkörperte sowohl das Streben nach humaner Gerechtigkeit als auch den Abstieg in die radikale Brutalität. Entwickelt von Dr. Josef Ignaiz-Giota für mehr Effizienz und vermeintliche Humanität. Die Guillotine sollte den Akt der Hinrichtung gleich machen, doch während der Schreckensherrschaft verwandelte sie sich in ein Symbol für politische Säuberungen. Anfangs gefeiert für ihr schnelles und egalitäres Vorgehen, doch die dunkle Seite der Guillotine trat ein, als sich die Revolution weiter verschärfte. Das Komitee für öffentliche Sicherheit unter Persönlichkeiten wie Maximilian Robespierre benutzte die Guillotine als Werkzeug für die Hinrichtung von Tausenden, einschließlich vermeintlicher Feinde und sogar mit Revolutionäre. Die öffentlichen Plätze von Paris wurden Zeugen einer unerbittlichen Prozession von Enthauptungen, die Guillotine wurde zum nationalen Rasiermesser. Als die Schreckensherrschaft abflaute mit dem Sturz von Robespierre im Jahr 1794, schwand auch die Bedeutung der Guillotine. Trotz ihrer düsteren Assoziationen hat die Guillotine überlebt, als ein starkes Symbol einer revolutionären Ära, zerrissen zwischen den Idealen der Gleichheit und der harten Realität der unkontrollierten Macht. Ihr Vermächtnis bleibt bestehen als komplexe und widersprüchliche Natur der französischen Revolution. Spanien. Der spanische Esel, ein grausames Foltergerät, das mit der spanischen Inquisition verbunden ist, verkörpert die Brutalität der Methoden der Inquisition, verwendet vom späten 15. bis zum frühen 19. Jahrhundert. Diese hölzerne Vorrichtung fügte den Opfern, die der Ketzerei beschuldigt wurden, oder anderer vermeintlicher Vergehen gegen die katholische Kirche begangen, unerträgliche Schmerzen auf einem keilförmigen Brett zu. So wurde der Angeklagte mit starkem Druck auf den Genitalbereich konfrontiert, zum Erzwingen von Geständnissen durch physische und psychische Qualen. Der spanische Esel bleibt ein eindringliches Symbol für die unmenschlichen Taktiken während einer dunklen Zeit der religiösen Verfolgung. Russland. Das Gulag-System entstand in der Sowjetunion unter Wladimir Lenin und wurde unter der Herrschaft von Josef Stalin Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts dramatisch ausgeweitet. Der Begriff Gulag steht für und bedeutet Hauptlagerverwaltung. Es handelte sich um ein riesiges Netz von Arbeitslagern. In den Millionen von Menschen einschließlich politischer Dissidenten und vermeintliche Feinde des Staates harte Bedingungen ertrugen, wie Hunger und Zwangsarbeit ertragen mussten. Diese Lager gibt es in ähnlicher Form heute noch. Südafrika. Das Einschüren erlangte in der Zeit der Apartheid Berühmtheit in Südafrika von 1948 bis 1994 war es eine Form der Selbstjustiz, die von Anti-Apartheid-Aktivisten gegen angebliche Kollaborateure mit dem unterdrückerischen Regime. Die brutale Methode bestand darin, einen mit Benzin getränkten Reifen um den Hals des Opfers anzuzünden, was oft zu einem grausamen Tod führte. Indien. Tod durch einen Elefanten. Hinrichtung durch einen Elefanten wurde im alten Indien bis ins 19. Jahrhundert praktiziert. Es war eine grausame Methode, die von Herrschern angewandt wurde, insbesondere während der Mogulzeit. Die Opfer waren der öffentlichen Bestrafung ausgesetzt und Elefanten wurden eingesetzt, um sie zu zerquetschen, sowie zu zertrampeln. Diese brutale Form der Hinrichtung symbolisierte die Machtdynamik der kaiserlichen Herrschaft und zielte darauf ab, der Bevölkerung Angst einzuflößen, um die Schwere der Vergehen zu verdeutlichen. Gesellschaftliche Veränderungen im Laufe der Zeit führten zur Abschaffung dieser barbarischen Praxis, aber ihr historisches Vermächtnis bleibt als abschreckende Erinnerung an die Extreme, zu denen die Herrscher griffen, um ihre Autorität zu behaupten. England. Gibbeting oder Aufhängen in Ketten war im mittelalterlichen England weit verbreitet und wurde bis ins 18. Jahrhundert fortgesetzt. Es war eine grausame Form der postmortalen Bestrafung, wo die Körper hingerichteter Verbrecher in eisernen Käfigen oder Gibbets ausgestellt wurden. Diese Praxis sollte kriminelle Aktivitäten verhindern, durch öffentliche Demütigung und den grausigen Anblick der verwesenden Leichen. Italien. Der eiserne Stier, der dem antiken Griechenland zugeschrieben wird, wird aber oft mit dem Tyrannen Thalerien des Akrogus in Sizilien in Verbindung gebracht. Es war eine brutale Hinrichtungsmethode im alten Rom. Sie spiegelte die Grausamkeit der despotischen Herrscher wieder. Die Opfer wurden bei lebendigem Leibe in einer bronzenen, stierförmigen Vorrichtung gegart. Während die historische Genauigkeit umstritten ist, bleibt es ein abschreckendes Symbol für sadistische Kreativität. China, Lingqi. Lingqi, auch bekannt als der Tod der Tausendschnitte, war eine Hinrichtungsmethode im alten China, die vom 10. bis zum frühen 20. Jahrhundert angewandt wurde. Sie beinhaltete das systematische Abschneiden von Körperteilen des Verurteilten bis zum Tod. Die Praxis war tief in den Prinzipien der Gesellschaft verwurzelt und diente sowohl als körperliche Bestrafung als auch als Mittel, um das Leben des Verurteilten nach dem Tod zu zerstören. Japan Seppuku, auch bekannt als Harakiri, war eine Form des rituellen Selbstmords, die von Samurai im feudalen Japan insbesondere während der Edo-Periode 17. bis 19. Jahrhundert ausgeübt wurde. Sie wurde als ehrenvoller Weg angesehen, für einen in Ungnade gefallenen Krieger, um die verlorene Ehre wiederherzustellen. Der Akt beinhaltete, dass sich der Samurai selbst mit einem Kurzschwert ausweidete. Er betonte damit die Bedeutung von Ehre und Selbstdisziplin in der japanischen Gesellschaft. Wikinger Der Blutadler wird in den nordischen Sagas erwähnt und beinhaltet, eine grausame Methode der Hinrichtung, während seine historische Genauigkeit umstritten ist. Er wird mit der Wikinger-Kultur in Verbindung gebracht, während der mittelalterlichen Periode des 8. bis 11. Jahrhunderts. Die Wikinger waren berühmte Seefahrer und Krieger, die in ganz Europa Raubzüge, Handel und Entdeckungen in ganz Europa betrieben. Der Blutadler, wenn er echt wäre, veranschaulicht die brutale Natur ihrer Bestrafungsmethoden. Für mehr spannende Inhalte und um immer auf dem Laufenden zu bleiben, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Euer Support hilft mir, noch mehr Inhalte zu erstellen, die euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.